ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde bei binary strategy punkt net ich mache heute mit ein bisschen hintergrundgeräusch video und zwar wieder mit unserem mega strategie unsere superkai sniper v1 geld verdienen natürlich natürlich wieder geld verdienen im internet mit binären optionen unserer strategie wie gesagt den superkai sniper v1 für jedermann gemacht und gedacht ihr braucht wirklich nur hier diese strategie superkai sniper und eine plattform wo wir diese strategie umsetzen um geld zu verdienen im internet und das ist hier für die deutschen europäischen leute pocket option der link dafür ist unterhalb im video in der beschreibung ja ich fange hier jetzt mal an schön meinen ersten trade vorzubereiten nach der strategie und wir gucken mal wir train nach trend also nur nach trend traden wir sehen unsere trend linie geht nach unten ja und wir haben ja auch unsere zielscheibe vom sniper schon unsere rote und das bedeutet zielscheibe ist da trend ist da nach unten und jawohl und wir haben ja auch ich laber schon wiederum wir haben jetzt hier auch unseren bestätigungsbalken bekommen und ich bin hier rein binäre option meine freunde was ist binäre option binäre option ist trading also ihr könnt binäre option traden in einer von euch vorgegebenen zeit das ist bei uns jetzt hier fünf minuten also wir traden fünf minuten unseren trade da unsere strategie superkai sniper eben eine fünf minuten strategie ist für pocket option wir sagen in den fünf minuten voraus wohin ein preis geht eines während pares hört sich zwar ein bisschen schwierig an aber ist nicht schwierig ihr müsst wirklich nur klicken auf pocket option hier also während spa was wir im sniper drin haben da haben wir jetzt gerade euro us dollar drin und das habe ich hier angeklickt und ja einfach nur hoch und runter klicken ihr stellt hier noch die zeit ein wie gesagt fünf minuten hier euren betrag und dann einfach hoch oder runter nach unserer strategie geht es jetzt nach unten nach unten wie gesagt ich bin hier schon im ersten trade drin fünf minuten können wir auch hier sehen drei minuten 33 haben wir noch für diesen trade und ja sehr einfach zu verstehen wir haben hier zwei zielscheiben einmal grün wenn es nach oben geht einmal rot wenn es nach unten geht und unsere trend der zeit nach unten die linie hier unten und natürlich unsere bestätigungsbalken hier unten unserer bestätigungsbalken war da und ja wir sind in den trade rein und lassen jetzt einfach den trade mal auf uns wirken wie gesagt fünf minuten auf dieser plattform hier links heißt pocket option kann jeder bürger benutzen also da gibt es keine schwierigkeiten mit irgendwelchen verifikationen pocket option könnt ihr nutzen ja und wie gesagt trade einfach jetzt auf uns wirken lassen wir lassen ihn jetzt auf uns wirken 2 minuten 44 habe ich noch für den ersten trade ich schaue mal wie viel trade sich heute im video rankrieg und ja wir lassen den hier mal laufen erst moment aus dem geld aus dem geld bedeutet immer wenn ihr in euren einsatz habt und sagt es geht runter und er geht hoch dann ist der aus dem geld also da gewinnt ihr nichts nur wenn der nach unten geht dann kriegen wir eine prozentzahl wir schauen wir bei euro us dollar haben wir 78 prozent ich habe tausend eingesetzt würde 1780 zurückbekommen also 780 freunde 780 dollar an reingewinn zurück so er kommt langsam unsere richtung er kommt langsam unsere richtung wichtig ist wirklich dass wenn die zielscheibe hier auftaucht ihr wirklich wartet bis diese bestätigungsbalken hier in dem falle nach unten traden rot kommen und dann erst in den trade reingehen ja wir sind jetzt knapp hier wir kommen in den gewinn wir kommen in den gewinn haben noch eine minute 43 42 und ja schauen uns das ding jetzt hier mal an ihr seht ich habe hier fünf minuten also ich trade fünf minuten setzen in tausende ein und habe 800 da steht 810 das waren 81 prozent dann wo wir abgesetzt haben und habe 810 dollar im gewinnfalle im sack nach fünf minuten und wirklich sehr einfache strategie um online geld zu verdienen denn ihr habt ihr die strategie wo die zielscheibe auftaucht habt den trend die linie hier zeigt nach unten und unsere bestätigungsbalken also drei sachen die ihr da schauen müsst um links dann auf der plattform zu sagen ich gehe jetzt nach unten oder nach oben also wirklich simpel das kann jedes schwein tut mir leid jedes schwein kann das und die letzte minute ist angebrochen die letzte minute meine freunde die letzte minute er geht hier gerade ein stück nach oben ein stückchen nach oben wir haben noch 45 sekunden er müsste jetzt nach unten gehen dass ich meinen gewinn einsacken kann sollte der trade jetzt nach unten gehen noch eine halbe minute gleich 30 sekunden 28 sekunden er wird ein bisschen knapp 25 sekunden wie gesagt er wird ein bisschen knapp 20 sekunden 21 jetzt in meinem gewinn 19 sekunden also er wird wirklich ein bisschen knapp 14 also der ist wirklich wahnsinnig knapp aber wir sind im gewinn 810 dollar rein gewinnen 810 dollar hier haben wir hier ja mein aufwärtstrend da gehen wir nicht rein hier haben wir einen abwärtstrend auch gerade nicht interessant abwärtstrend auch nicht interessant aufwärtstrend wäre hier interessant gewesen hier wären wir schön im gewinn gewesen schade dann haben wir verpasst aber wir haben ja genug währungspaare hier drin abwärtstrend der könnte vielleicht interessant werden kat schweizer franken abwärtstrend hier auch aber ist schon vorbei die geschichte ist schon vorbei hier haben wir einen seitwärts trend also hier ist die linie seitwärts da können wir einsteigen seitwärts trend und trendrichtung euro jen wir suchen uns den euro jen 70 prozent und hier geht schon nach unten wir haben gesehen hier geht es schon nach unten wir haben unseren balken bekommen unseren roten direkt super reingekommen direkt super reingekommen trade 2 hier bekomme ich nur 70 prozent was heißt nur 70 ich trage hier mit 1000 dollar pro trade und 70 prozent im gewinnfalle ist 700 dollar das ist schon ganz klar ist nicht wenig ihr könnt wahrscheinlich nicht mit 1000 dollar traden pro trade aber sagt man mal ihr tradet mit einem hunderter oder einem zehner bei einem hunderter habt ihr 70 dollar ihr seht wie schön der kommt hier der zweite trade ihr habt beim hunderter wenn ihr hunderter traded 70 dollar bei 10 dollar trade wenn ihr nur 10 dollar einsatz habt ihr 7 dollar aber überlegt mal 7 dollar in fünf minuten ihr müsst eine stunde arbeiten in deutschland oder ein bisschen weniger um 7 dollar zu erreichen also das ist schon wirklich genial binäre option und wie gesagt es kann jeder es kann wirklich jeder ihr habt die strategie hier meter trader 4 meter trader 4 ist kostenlos also diese software wo die strategie eingefügt wird die kostet euch nichts und ja zielscheibe trend ist hier wie wir sehen seitwärts trend und bestätigungsbalken hier unten mehr ist das nicht und das kann jeder von euch das kann jeder von euch ablesen und dann übertragen hier auf pocket option auf der plattform links ist auch ganz einfach hier oben haben wir unseren schalter wo man die währungspaare raussuchen können klickt ihr drauf und hier dann die zeiteinheit wir sind auf fünf minuten unterwegs hier das geld eingeben und hoch oder runter wenn die kriterien gegeben sind ja wer es nicht installieren kann dem helfe ich meine e mail adresse ist unterhalb des videos in der beschreibung wenn ihr euch denn dann holt wie gesagt den helfe ich das einzurichten auf dem pc über team viewer ich habe jetzt schon jeden tag ein paar team viewer session also bin das jetzt schon gewohnt den leuten zu helfen dauert ja auch nicht lang meistens fünf minuten bis zehn minuten und ja zwei trades wie wir sehen für mich da ich einen großen einsatz hier fahre aber ist auch angepasst an meinen guthaben von meinem konto sind für mich ein bis zwei trades am tag mehr muss ich nicht machen ebenfalls für euch wenn ihren hunderte 100 dollar einsatz pro trade habt ihr einmal 80 hättet ihr jetzt 80 gewonnen plus 70 wenn wir hier drin bleiben wären 150 dollar zwei trades würden reichen am tag und ihr habt 150 dollar also freunde so viel könnt ihr gar nicht verdienen in einer normalen arbeit und hier seid ihr richtig relax zu hause oder vielleicht im office wenn ihr ein home office habt und traded im home office also diese strategie der superkai sniper v1 ist einfach frontal wirklich frontal ich stelle den zur verfügung am wochenende freitag wenn es bei euch dann schon nacht denke ich mal freitagnacht stellt ihr zur verfügung oder samstag früh mal gucken und dann könnt ihr den im shop euch holen diese strategie freunde mit dieser strategie werde ich das rest des jahres wahrscheinlich jetzt hier immer train auf youtube in sachen binäre optionen außer es kommt natürlich ein test von irgendeiner software oder so oder einer anderen strategie kurztest den ich testen soll mache ich natürlich aber für mich selber in meinen videos werde ich dieses bis dieses jahr abgeschlossen ist dieses teil hier nutzen und eben geld verdienen geld verdienen diesen könnt ihr wie gesagt erwerben ab freitag im shop bei uns oder wenn ihr über uns angemeldet zeit bei pocket option finmax bio oder iq option ganz wichtig wirklich wichtig leute nicht nur angemeldet sondern ich sehe ob ihr aktiv tradet denn wir wollen eine aktive trader community wenn ihr aktiv tradet bekommt ihr den kostenlos wenn ihr nicht aktiv tradet bei einem broker bei uns bekommt ihr den nicht ist ganz klar denn wir wollen ja unsere community aufbauen und nicht irgendwelche leute die eben den jetzt sich abschnappen und irgendwo anders train der ist gelockt wie gesagt also der ist mit einer mit eurer metatrader nummer gelockt und wenn wir sehen ihr tradet nicht bei unserem broker aktiv dann schalten wir euch aus jetzt geht er hier noch kurz ein stückchen hoch am schluss unserer zeit werden noch 30 sekunden sehen mal ob der auch wieder so knapp wird oder aber raus geht er jetzt ist ein ganz schön hoch geschossen schade wir haben noch 20 sekunden vielleicht kommt er noch mal zu uns zurück ja jetzt kommt er nicht mehr zurück ihr seht das ist jetzt ein minus trade ich werde jetzt aber trotzdem oder acht sekunden 8 sekunden wird es also der ist brutal knapp aber wir sind draußen schade wir sind auch schade schade ich habe verloren ihr seht ganz knapp jetzt hier rausgefallen ganz knapp da werde ich hier noch mal nachsetzen bedeutet ich werde es hier dreimal 1000 einsetzen beim nachsetzen und warte jetzt hier eben wieder auf die bestätigung auf den bestätigungs beiden hier unten ein gewonnen ein verloren so ist das manchmal also ist klar das gibt es nicht dass hundertprozentig alle trades passen aber ein gewonnen ein verloren und hier setzt sich einfach noch mal nach also wenn ich jetzt hier verloren habe wird hier noch mal nachgesetzt dass ich in dem gewinn lande ich habe jetzt 1000 gesetzt verloren einmal 800 110 gewonnen also bin ich jetzt im minus mit lasst mich 190 mit 100 glaube 190 bin ich im minus also muss ich hier noch mal nachsetzen da wird jetzt hier wieder gewartet bis eben die bestätigungsbalken kommen die roten und sobald die bestätigungsbalken kommen gehe ich in den trade rein oder wir schauen mal vielleicht findet man einen anderen vielleicht finden wir einen anderen hier ist ein abwärts trend im euro pfund schon mal euro pfund aber der hat nur 51 prozent das ist natürlich nix euro nzd zeigt auch nach unten euro nzd der ist schon wieder besser hier warten wir jetzt ab also hier haben einen abwärts trend sind wir wieder an der linie 3 3 3 hier muss ich natürlich jetzt ein bisschen mehr als 1000 reinlegen um meinen verlust von vorher gut zu machen aber wir warten es ab hier wir warten es ab wie gesagt wir haben hier einen abwärts trend auch und unsere zielscheibe unsere rote ist da und ja werden wir natürlich nutzen jetzt hier wie gesagt wir warten hier wieder ab und wenn es soweit ist gehe ich hier einfach rein mit ein bisschen mehr als 1000 dass ich eben ein tausender verlust trade wieder gut mache wenn wir sie schon 14 minuten auf der uhr mal sehen wie lange diese session dauert ich tue jetzt hier auch mal nicht ausschalten oder schneiden oder sowas sondern ja werde jetzt hier dabei bleiben ohne irgendwie pause zu machen und hoffe dass jetzt hierbei die rote bestätigung der rote bestätigungsbalken kommt und er roter bestätigungsbalken hier unten noch nicht gekommen wir müssen noch eine kerze warten eine kerze oder zwei ich weiß es noch nicht aber ja dann wird es halt eine längere session heute als 10 minuten so ja kerze kommt jetzt schon wieder runter wieder hoch runter und hoch jetzt wird sie rot jetzt könnte könnte in der nächsten kerze ein bestätigungsbalken kommen wir gucken mal und nein noch kein bestätigungsbalken gekommen ihr seht es ganz wichtig wirklich dass wir hier auf den bestätigungsbalken warten denn wenn der nicht da ist kann es passieren dass er noch weiter hochrutscht die zielscheibe oder hier eben stehen bleibt so minimum und ja da haben wir nichts gewonnen wenn wir dann ohne bestätigung reingehen und der ins minus geht ihr seht ihr die zielscheibe ist nämlich noch mal rüber gerutscht jetzt sobald der rote balken hier erscheint ist es dann sicherer trade also was heißt sicher ist halt ein trade dass es nach unten geht dass wir uns sicher sein können denn wir sehen hier ohne balken kann der die zielscheibe noch ein bisschen immer nach oben rutschen das das ist das aber es ist wirklich simpel aufgebaut sehr simpel wie gesagt für jedermann ablesbar hier im meter trailer jeder sieht den roten die rote zielscheibe jeder sieht den trend hier der geht natürlich abwärts also geht trotzdem abwärts halb seitwärts aber trotzdem abwärts ist ein abwärts trend sind wir hier also denn die linien sind noch nach unten und ja abwärts trade nehmen nach unten mit oder auch wenn es ein seitwärts trend wäre wenn die jetzt gleich wären waagerecht wäre es ein seitwärts trend können wir trotzdem mitnehmen denn wir gehen entweder nach dem trend oder im seitwärts trend gehen wir auch mit so naja 17 minuten schon freunde 17 minuten zwei trades einer drin einer draußen da warten wir einfach ab da warten wir ab da warten wir ab ich schau mal auf mein dandy dandy handy ah jetzt kommt die erste kerze hier wieder schön nach runter jetzt müssen wir aufpassen jetzt müssen wir aufpassen dass wir hier auch die roten bestätigungsbalken erwischen den roten bestätigungsbalken und dann gut in den trade sofort rein kommen ja wir sehen hier plapp er versucht gerade ein bisschen nach unten hier zu tauchen ist schon mal gut aber ich denke nicht dass wir jetzt schon gleich den roten balken kriegen sondern noch eine kerze abwarten müssen aber wir haben ja zeit wir haben ja zeit ist chillig wir sitzen am computer ihr könnt am computer immer was anderes noch machen also ihr neben dem fenster ein anderes fenster so wie ich das mache und immer noch hier ein bisschen arbeiten nebenan nebendran jetzt könnte vielleicht wenn er jetzt noch ein stückchen nach unten geht unsere rot arbeiten kommen ihr seht ich mache heute mal ohne hier pause drücken ohne pause drücken mache ich mal das video und das wird halt dann ein bisschen länger jetzt glaube ich wird der rote balken wenn es klappt kommen gleich wenn es klappt wenn es klappt wir gucken uns das an also ich glaube jetzt wenn es so bleibt und die nicht grün wird die kerze könnten wir so einen balken bekommen könnten wir aber leider grün geworden ja doch jetzt kriegt man den balken wenn es so bleibt wir haben noch 30 sekunden knapp 30 sekunden oder jetzt jetzt kriegt man den roten balken ich denke jetzt wenn es so wirklich bleibt krieg mal roten balken und ich werde jetzt richtig schön hier einsteigen können so richtig schnuckelig na 10 sekunden noch bis zum möglichen einstieg 10 sekunden wäre gut wenn wir den jetzt hier oben erwischen aber immer noch nicht rot das gibt es doch nicht immer noch nicht rot na noch eine kerze warten heide witzger aber ihr seht es ist wichtig wirklich dass wir auf den bestätigungsbalken warten und eben auch richtig in den trade rein kommen denn es hilft uns wirklich nichts wenn wir hier rein gehen und am ende dann halt wirklich unseren trade verlieren weil wir nicht auf unseren walten gewartet haben und 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 verkauf euro schweizer franken okay dann immer mit dem euro schweizer franken verkauf das das sind die signale aus unserer signal gruppe aus telegram da habe ich gerade euro schweizer franken verkauf gekriegt sehen wir hier aus unserer signal gruppe euro schweizer franken verkauf den euro schweizer franken verkauf und nehme halt eben erstmal die mit die habe ich gleich viermal mitgenommen weil ich muss den anderen aus bügeln von vorher den anderen aus bügeln und ja hier habe ich viermal rein gezwitschert in das signal von unserer signal gruppe und ihr seht jetzt mal eine stunde so wie ich trade also ihr könnt jetzt wirklich mal eine stunde mitverfolgen so wie ich trade und wie gesagt jetzt die vier sind aus der signal gruppe aus telegram binari strategie signale ich habe die gruppe geöffnet also da kann jeder rein ist eine öffentliche gruppe jetzt ich hatte die mal geschlossen aber habe sie jetzt geöffnet dass ihr auch eure signale da eben abgreifen könnt wir sehen die signale aus der telegram gruppe im moment im plus viermal 760 dollar plus also nicht schlecht das sind ja auch wirklich wirklich die besten signale also telegram signale die es auf dem markt gibt kann man einfach so sagen ist wirklich so es gibt keine besseren binäre optionssignale wie aus unserer gruppe und ja solange wir da warten eben auf den euro new zealand dollar nehmen wir eben signale aus telegram auch mit denn wir wollen ja die guten signale nicht verschwenden jetzt können wir euro nz d ich schreibe mir hier euro nz d rum wieder euro nz d da könnten wir jetzt unseren balken kriegen unseren roten noch 20 sekunden noch 20 sekunden leute 20 sekunden lees ja der scheint scheint gut zu sein 5 sekunden noch ich hoffe wir kriegen jetzt den balken und ich kann da einsteigen jawohl da bin ich auch viermal rein da bin ich auch viermal rein also das wenn jetzt klappt hier einmal euro schweizer franken ich schalte mal zu euro schweizer franken rüber da haben wir 149 wenn das jetzt klappt wäre natürlich gigantomanisch da hätte ich richtig viel kohle wieder abkassiert heute in meiner trading session also signale telegram im moment plus haben wir aber noch eine minute 26 und unsere super kai sniper im moment auch im plus ganz ganz wenig ganz wenig jetzt wieder draußen aber euro nz d haben wir ja noch zeit vier minuten euro schweizer franken sehr schön die signale von telegram sehr schön drin sehr 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 schön und ja also signale telegram bombastisch noch 48 sekunden das bedeutet dann ich habe ein trade drin ein trade draußen wenn die vier sitzen habe ich fünf trades drin ein draußen also ihr seht telegram signale einfach auch richtig richtig gut telegram signale richtig richtig gut da wird nichts mehr passieren ich glaube nicht dass da bei telegram noch was passiert also da wird wirklich nichts mehr passieren grandios im gewinn mit den telegram signalen und ja einfach bombe 5 4 3 2 1 meins jawoll die waren gewinn 7040 dollar im gewinn jetzt schalten wir mal wieder rum hier auf unseren euro nz d da haben wir noch drei minuten vielleicht kann ich ja da auch die frage beantworten von ich weiß gar nicht wer das war in die kommentare geschrieben hat wie ich denn mein kapital so schnell aufbauen konnte jetzt seht ihr es live also umgeschnitten wie ich eben trade und ihr seht hier bombastisch auch unser sniper signal bombe 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 also wir haben richtig richtig viel viel geld verdient sollte es jetzt so bleiben waren neun trades drin einer draußen und das ist einfach puh wieder ein super trader tag heute inklusive natürlich unseren unseren telegram signalen also es ist wirklich bombe bombe zwei minuten noch freunde zwei minuten noch für unseren sniper sniper es sind noch zwei kerzen also diese kerze und noch eine aber wir sehen hier unser sniper signal richtig grandios im gewinn richtig grandios also das wurde wieder gelasert hier richtig gut gelasert aber ihr wart jetzt mal ohne irgendwie pause zu machen oder auf pause zu drücken bei mir dabei wie halt so eine trader session aussieht und ich mache das wirklich nebenbei Freunde nebenbei wenn ich hier meine andere arbeit am pc mache denn ich habe zwei bildschirme einmal den großen hier und einmal den normalen hier und ich mache halt meine arbeit am normalen und am großen habe ich halt meinen metatrader und pocket option und trader halt nebenbei eine minute noch und ja ich denke mal da wird nichts mehr groß passieren dass wir ins minus rutschen würden 45 sekunden also grandioser geht es nicht wir haben eine halbe stunde jetzt hinter uns eine halbe stunde eine halbe stunde und es ist einfach bombe sehr viel geld heute wieder verdient wie ihr selber seht sehr viel geld verdient mit binären optionen wie gesagt ihr könnt wahrscheinlich nicht mit einem tausender traden pro trade aber ihr könnt bestimmt mit einem fünfziger hunderter oder zehner pro trade traden und hättet richtig viel kohle verdient heute auch wenn ihr nach den signalen von telegram zum beispiel habt ihr ja gesehen oder nach den sniper signalen hier getradet hättet also wirklich bombastisch und im gewinn im gewinn super mega super also klasse wir schauen uns jetzt mal um wo wir denn vielleicht noch was finden oder was haben wir gekriegt ne haben wir nichts gekriegt ja wir schauen uns um ob wir noch ein paar sniper signale hier kriegen sniper sniper hier ist auch ein abwärtstrend im gange bei euro schweizer franken wieder euro schweizer franken euro schweizer franken wie viel haben wir denn beim euro schweizer franken prozent 80 ja 80 ist gut 80 ist gut aber wir brauchen noch eine weile schauen wir vielleicht finde ich direkt ein hier haben wir auch wieder pfund jen pfund jen pfund jen schaut schon mal schmackhaft aus pfund jen pfund jen pfund jen pfund jen 67 prozent ist zwar nicht so schmackhaft aber na ja neben am grund jen schaue uns mal an hier sehen wir auch unsere linie direkt hier abwärtstrend unsere rote zielscheibe von sniper und uhr bedeutet fünf minuten nach unten wenn es nach unten losgeht den warten wir hier wieder ab und ja vielleicht nicht mehr nochmal tiene kann signal der wäre auch nicht schlecht wie gesagt die tele큼 signale sind auch bombastisch Ich habe sie euch gezeigt. Hier kommen die immer an auf Telegram. Und das letzte haben wir ja mitgenommen. Den Euro-Schweizer-Franken. So wie ich hier sehe, haben es nur zwei angeschaut. Die armen anderen, die eben die nicht mitgenommen haben. Aber ja, wie gesagt, hier Sniper. Sniper warten wir. Und vielleicht kommt ja nochmal Telegram dazu. In der Session. Und alles eben ungeschnitten. Ich weiß es nicht so attraktiv. Als wie wenn es geschnitten wäre, das Video hier. Ein bisschen langgezogen eben. Aber naja. Nun ja. Hier müssen wir noch warten. Fundieren merke ich mir aber. Fundieren. Fundieren merke ich mir. Ne, da haben wir alles nischt. Hier haben wir überall nischt. Hier wäre ein Abwärtstrend vielleicht möglich. Beim Katjen. Katjen. Schauen wir mal, ob der rote Sniperball kommt. Katjen. Weil hier ist ein direkt guter Abwärtstrend, wie wir sehen. Super Abwärtstrend. Katjen. Den schalte ich mal rüber. Katjen haben wir 80% auch. 80%. 80%. Sollte jetzt hier, ich glaube, sollte jetzt hier unsere, ja jetzt ist er gekommen. Super. Wir haben hier einen direkten, guten Abwärtstrend. Jetzt ist unsere Sniperziehscheibe gekommen. Den werde ich mir mitnehmen. Denn hier ist wirklich ein klarer Abwärtstrend drin. Äh, desto klarer der Trend ist, desto klarer wird euer Gewinn sein. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und ja. Den nehme ich mir jetzt mit hier. Auf den warte ich. Auf den warte ich. Auf den Katjen. 5 Minuten Trade. Und ja. Wir lassen uns überraschen. Und nehmen ihn dann mit. Das wird ja wunderbar. Jawohl. Nächste Kerze. Jetzt können wir hier vielleicht mal beobachten, dass wir eben ohne, ohne Bestätigungs, hier Bestätigungsbalken nicht reingehen sollten, wenn er nochmal ein bisschen nach oben rutschen sollte. Weil das ist immer das. Wisst ihr, die Scheibe hier taucht auf, kann aber noch zum Beispiel in unserem Fall hier jetzt ein Stück nach oben rutschen, wenn der Bestätigungsbalken noch nicht da ist. Das, ähm, vielleicht sehen wir das jetzt hier. Vielleicht. Aber auf jeden Fall, die rote Scheibe ist schon mal da. Bedeutet für uns Augenmerk jetzt auf diesen Trade hier. Und ja, wir haben schon 35 Minuten, Freunde, 35 Minuten hier in dieser Session. Aber es ist auch mal gut, dass ihr, wie gesagt, wirklich seht, wie ich eben hier trade und es zäh, es war zäh, das ganze Video anzuschauen. Aber ihr seht auf jeden Fall, wie getradet wird bei mir, also in einer Stunde. Und ich mache, ehrlich gesagt, ich mache eigentlich auch nicht mehr als eine Stunde. Und jetzt die 10 Trades, normalerweise mache ich nicht mehr. Aber hier so ein Sniper-Ding möchte ich gerne noch mitnehmen. Und wenn es geht, vielleicht sogar noch ein Telegram-Signal. Ein Telegram-Signal wäre auch noch nicht schlecht. Wie gesagt, kostenlose Gruppe, Binary Strategy, Signale suchen auf Telegram. Oh, jetzt könnten wir hier gleich rein vielleicht. Könnten wir hier gleich rein. Na, na? Und? Und? Nee, noch nicht. Na, es wird knapp. Also wird knapp hier. Bin gespannt, aber einen roten Bestätigungsbalken jetzt ja doch, muss er doch eigentlich bringen. Nee, immer noch nicht. Immer noch kein roter Bestätigungsbalken. Bedeutet, dass wir dann auch noch nicht hier reingehen. Wenn wir den noch nicht haben. Immer schön gucken hier unten. Müssen wir halt nur eine Kerze abwarten. Und dann mit dem Trade mitgehen. Fünf Minuten, wie gesagt. Wir haben im Metatrader eine Minute eingestellt bei der Strategie. Und aber Traden auf der Plattform Pocket Option tun wir fünf Minuten. Fünf Minuten, Freunde. Ja, wir sehen ja, kommt hier noch hoch. Seht ihr? Kein Bestätigungsbalken. Und wenn wir reingegangen wären, wären wir vielleicht, wären wir vielleicht jetzt schon im Minus. Also darum immer warten auf den Bestätigungsbalken, Freunde. Haben wir immer noch nicht. Ihr seht. Wenn der Bestätigungsbalken noch nicht da ist, gehen wir auch noch nicht rein. Denn wir haben eben dann das Risiko, dass wir ins Minus rutschen und der die Gegenrichtung nochmal läuft, wenn wir ohne Bestätigungsbalken in diesen Trade reingehen würden. Aber jetzt kommt er hier nochmal runter. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wir haben noch 30 Sekunden bis zur nächsten Kerze. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Und der kommt nochmal nach oben. Der kommt nochmal nach oben. Jetzt geht er nach unten. Na? Und? Ich habe noch vier Sekunden. Also jetzt. Ja. Roter Balken gekommen. Und ich bin in unseren Trade rein. Fünf Minuten. Fünf Minuten in den Trade rein. Habe mir gleich wieder vier geschnappt. Habe mir gleich wieder hier vier Trades geschnappt. Und ja. Lass laufen. Ich lasse wieder laufen. 39 Minuten schon. 39 Minuten, Freunde. Unsere Sniper-Signal gekommen hier. Sneezner Sniper. Und es geht abwärts. Und es geht abwärts. So. Dann lassen wir den Trade wie immer auf uns wirken. Denn, ihr seht, ich habe hier 80% wieder gekriegt. Also viermal 80% bedeutet 1000 eingesetzt. Viermal 800 reingewinnen. Sollte der wieder sitzen. Sollte der sitzen. Aber wir haben ja noch Zeit. Drei Minuten und 40 Sekunden. Könnte ich mir noch ein Zigarettchen anzünden. Ein kleines Zigarettchen. Ihr seht, wie chillig das ist. Also ich sitze hier nur da und chill am PC. Und ja. Trade nach unserer Sniper-Strategie. Und kassiere da richtig Kohle. Ja, ja, Leute. Ihr seht, es ist wirklich ein bisschen zäh. Darum schneide ich immer die Videos. Aber, naja. Diesmal habe ich mir gedacht. Wird nichts geschnitten. Und ihr seid an dem 10-Trader-Alltag dabei. Von mir. Und seht aber auch mal wirklich, wie es eben funktioniert. Wenn ich meine Stunde hier trade. Und wir sehen im Moment unser Sniper-Signal wieder. Grandios, grandios im Gewinn. Sollten die im Gewinn sein, habe ich, lasst mich überlegen, 13 Trades im Gewinn. Ein Trade im Verlust. Und ja. 2 Minuten und 20. 2 Minuten und 20, Freunde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und noch die letzten 2 Kerzen. Jetzt haben wir noch 2 Kerzen. Denn wir haben hier, ich habe hier Minutenkerzen eingestellt. Das könnt ihr hier einstellen bei Pocket Option. Auf Kerzen gehen, eine Minute. Ich habe hier eingestellt, dass jede Kerze eine Minute ist. Genauso wie in unserem Meta-Trader. Trader aber, wie gesagt, 5 Minuten unsere Sniper-Signale. Ganze 5 Minuten. Also es ist wirklich ein brachialer Gewinn. Sollte es so bleiben. Sollte es so bleiben. Wäre es ein brachialer Gewinn für uns. Oder für mich halt gesagt. Pesser gesagt für mich. Ja, wichtig wirklich nochmal gesagt. Als allererstes. Schaut auf den Trend. Den Trend. Hier im Trade sehen wir die Linie. Geht nach unten. Unsere Trendlinie hier nach unten. Also traden wir auch nur nach unten. Als zweites muss unsere Zielscheibe auftauchen. Die ist hier aufgetaucht. Und als drittens. Wir warten hier unten auf unseren Bestätigungsbalken. Und schon kann das losgehen. Ja. So. Also ich denke mal hier. Brennt uns nichts mehr an. Aber rein gar nichts mehr an. Denn wir sind hier weit wieder im Gewinn. Mit unserem Sniper-Signal. Haben noch 30 Sekunden. Also da dürfte wirklich nichts mehr anbrennen. Auch wenn die Kerze jetzt hier grün ist. Also da dürfte wirklich nada. Niente. Nichts mehr anbrennen. Und wir einen dicken, fetten, geilen, schönen Gewinn. Heute für den Tag. Mitgenommen haben. 16 Sekunden noch. 15. Also wirklich grandios. Grandioso. Und ihr seht es ist chillig. Also wirklich chillig. Wer damit kein Geld verdient. Und der ist selbst schuld dran, würde ich sagen. Der ist selbst schuld dran. Und bumm. Wir sind im Gewinn. Wieder 7200. Wieder 7200. Ja. Ich würde sagen, das wäre es gewesen für heute, Leute. Wenn ihr diesen Sniper haben möchtet. Wie gesagt. Ich haue den raus am Freitag oder Samstag. Spätestens am Sonntag könnten ihr euch kaufen im Shop. Und auch die Leute, die sich über uns angemeldet haben bei Pocket Option, Finmax oder IQ Option. Die bekommen den auch sofort kostenlos. Wenn. Leute, es ist wirklich wenn. Also ihr könnt mir schreiben. Ich schaue trotzdem nach. Nach eurer Nummer. Ob ihr aktiv tradet. Solltet ihr nicht aktiv traden. Dann müsst ihr euch den kaufen im Shop. Und da gibt es auch nichts irgendwie zu reden dann. Diskutieren. Ihr müsst ihn euch kaufen im Shop. Ich schaue wirklich rein in die History. Ich kann das sehen. Im Werbebackend. Ob ihr aktiv tradet. Dann kriegt den auch keiner. Der nicht aktiv tradet. Denn das ist. Wir sind eine Community. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und nichts anderes. Und wenn ihr den wollt. Und eben nicht aktiv tradet bei uns. Kauft ihn im Shop. Kauft ihn im Shop. Der Preis wird ähnlich sein wie damals der Bokei. Also an. Ich weiß nicht. 499, 599. Je nachdem wie viel eben kaufen. Angebot und Nachfrage eben. Wenn ihn viele kaufen. Dann wird er natürlich billiger. Wenn ihn weniger kaufen. Dann wie der Bokei normal. 499, 599. Denn diese Maschine ist wirklich krass. Ihr seht. Ich habe hier richtig viel Kohle verdient. Heute in unserer Live Session. Ungeschönt. Also wirklich ungeschönt. Wir sind hier eine Stunde fast am traden. Und es ist ungeschönt. Da würde ich jetzt sagen. Alle Links sind in der Beschreibung. Wartet auf Freitag, Samstag oder Sonntag. Schaut in den Shop. Oder schreibt eine E-Mail dann. Wenn ihr ihn im Shop seht. Wenn ihr aktiver Trader seid bei uns. Und ja. Dann könnt ihr loslegen. Mit dem Ding. Dann sage ich jetzt mal. Happy Trading. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Oder wir warten. Sollen wir noch warten? Sollen wir die Stunde noch voll machen? Sollen wir die Stunde noch voll machen? Wartet mal. Ich habe doch vorher mir einen gemerkt. Aber ich weiß nicht mehr welcher das war. Ah ja. Mein Aufwärtstrend. Aufwärtstrend. Das ist der Pfund Cut. Wie viel kriegt man denn für den Pfund Cut? Vielleicht nehmen wir uns den noch mit. Pfund Cut. Wo ist der? A, B, C, D, E, F, G. Pfund Cut. Pfund Cut. Da ist der Pfund Cut. 85%. Ja. Der ist interessant. 85% ist mal wieder interessant für den Kai. Ja. Nehmen wir den noch mit. Den nehmen wir noch mit. Wir sehen hier wieder Aufwärtstrend. Und ja. Machen wir die Stunde voll. Den nehme ich hier dann auch noch mit. Warte hier auf den Bestätigungsbalken. Wir sehen, wir haben einen Aufwärtstrend. Ach ne. Wir haben einen Aufwärtstrend. Okay. Den kann ich gar nicht mitnehmen. Da wir einen Aufwärtstrend haben. Und ich kann nicht nach unten traden. Seht ihr mal Leute. Das seht ihr mal Leute. Oh. Hier. Hier. Was ist das? Den kann ich mit einem NZDUSD. NZDUSD. Ja. Den nehme ich mit. Den habe ich mir auch noch mitgenommen. Denn hier ist der erste rote Bestätigungsbalken. Wo wir sehen. Der erste rote Bestätigungsbalken. Also da ist noch gegangen, dass ich reingehe. Wir haben einen Abwärtstrend. Rote Zielscheibe. Und unseren ersten roten Balken. Natürlich kann ich dann hier reingehen. Und bin hier noch reingegangen. Wie gesagt. Den nehmen wir uns jetzt noch mit. Und ja. Genießen das Ding. Genießen das Ding. 13. drin. Einer draußen. Sollte der jetzt hier klappen, sind wir bei 17. 17 Trades drin. Und einer draußen. Ja. Den genießen wir noch Leute. Genießen wir noch. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein Signal auch aus dem Telegram-Kanal. Wäre echt nice. Das sind wirklich Qualitätssignale Telegram. Und da kommt eben nicht aller Sekunde oder 5 Minuten Signal. Sondern einmal in der Stunde. Eineinhalb Stunde für ein Signal. Also es sind Qualitätssignale. Ja. Unsere Chui Lui geht hier gerade ein bisschen nach oben. Aber wir haben noch 3 Minuten und 16 Sekunden. Also grandios. Wir haben noch Zeit für unseren Sieg. Um unseren Sieg einzufahren. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und er kommt schon wieder in unsere Richtung. Kommt er in unsere Richtung? 3 Minuten, 3 Kerzen. Haben wir noch Zeit? Jawohl. Also scheint im Moment so, als kommen da unsere Richtung. Jawohl. Oder doch nicht? Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns ganz einfach überraschen. Und chillen. Chillen. Das ist einfach chillen, Leute. Hier eine Stunde am PC chillen. Und richtig Kohle verdienen. Mit unserem Superkai Sniper. Mit dem Superkai Sniper, Leute. Für Anfänger natürlich gedacht. Vollkommen für Anfänger. Ich bin mir sogar sicher. Man könnte mit dem, wenn man auf höhere Zeiteinheiten tradet. Könnte man sogar mit dem Teil Forex CFD traden. Aber ich will es nicht ausprobieren, da ich ja den DAX Kai habe. Den DAX Kai Pro. Aber man könnte eventuell auch da mit Forex CFD traden. Eine Minute 48. Ja. Ja. Ja, er quengelt hier noch ein bisschen in dem Trade, wie wir sehen. Er quengelt hier noch rum. Wir haben nur eine Minute 30. Also er braucht jetzt einen richtigen Zunder nach unten. Eine richtige schöne Kerze, Zunderkerze nach unten. Dass wir hier noch in den Gewinn reinrutscheln. Ich hoffe mal, der enttäuscht mich nicht, der Gute. Aber wir haben nur eine Minute. Jetzt kommt es an, die Countdown-Kerze. Und er kommt doch noch runter. Er kommt doch noch runter. Hier die Countdown-Kerze für unseren Super Kai. Für unseren Super Kai. Und wir sehen, wow. Er kommt in unsere Richtung. Der Sniperli. Sniperli, Sniperla. Holladi und Hollada. Jawohl. Ach komm, Baby. Yeah. Ihr seht, der snipert gerade richtig. Der snipert so richtig in unsere Richtung. So richtig. Mega. Ja, Leute. Also es ist mega. Wir haben ja, wow. Mega viel, mega viel Gewinn gemacht. 19 Sekunden noch. 16, 15. Mit unserem Sniperli, Sniperlo. Sniperla. Ja, und er kommt. Seht ihr das? Du. 4, 3, 2, 1. Mainz, 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 Sniperl hat uns richtig wieder Asche 6800 gegeben. Also okay, Leute, das ist jetzt hier das Maximum gewesen. Ich habe euch eine Stunde lang mitgenommen. Eine Stunde lang mitgenommen bei uns, bei mir. mit dem Superkai-Template, mit dem neuen Superkai-Template. Und ja, was soll ich sagen? Wie erwähnt, am Freitag oder Samstag, spätestens Sonntag, ich bin wirklich viel beschäftigt eigentlich auch. Darum ist für mich genau das das Richtige, weil ich hier eine Stunde traden kann und meinen anderen Mist dann unter dem Tag machen kann. Darum ist das. Aber bis spätestens Sonntag ist das Ding im Shop und die Leute eben, die schon über uns traden, die schreiben mir ganz einfach eine E-Mail, die aktiv sind. Mit ihrer Nummer, ganz wichtig, mit ihrer Broker-Nummer, dass ich auch nachschauen kann, ob ihr aktiv tradet. Und aktiv meine ich nicht ein, zwei Trades seit vier Wochen, sondern aktiv jeden Tag getradet. Ja, und dann geht's los, dann bekommt ihr das Teil. Meine E-Mail ist unterhalb des Videos in der Beschreibung. Ihr könnt auch hier euch bei Pocket Option anmelden. Pocket Option Link in der Beschreibung. Finmax BO Link, also ihr müsst nicht Pocket Option nehmen. Ihr könnt auch Finmax BO nehmen oder IQ Option. IQ Option ist aber eher, da ihr echt brutale Verifizierung für die EU-Leute machen müsst. Nicht gerade gut für die EU-Leute. Aber Finmax BO ist gut und Pocket Option, wisst ihr ja, Pocket Option trade ich ohne Ende. Ja, lasst mich noch einen Schluck nehmen hier. Gibt's sonst noch was zu erzählen? Ich hoffe, ihr schaut euch das ganze Video an, bis zum Schluss. Denn, wie gesagt, es ist diesmal ohne irgendwie geschnitten oder sonstiges hier. Und es wird zäh sein, natürlich wird's zäh sein, aber ich hoffe, ihr schaut es euch an bis zum Ende und seht eben, wie mein Alltag ausschaut. Wie mein Traderalltag ausschaut mit der neuen Strategie hier von uns und Pocket Option. Und ihr habt auch gesehen, es ist wirklich nicht schwer, damit Geld zu verdienen. Ihr müsst drei Sachen beachten. Die habe ich euch erklärt, mehrmals jetzt im Video. Und das ist, dass ihr die Strategie in Metatrader 4 einfügen und Pocket Option oder Finmax oder IQ Option als Broker nehmen, wo ihr die Signale eben umsetzt. Und das war's. Ihr sitzt eine Stunde am Tag vor der Kiste. Dann würde ich sagen, jetzt wirklich hier Happy Trading. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hier haben wir auch ein paar verpasst. Schade, schade. Wirklich schade. Seitwärtstrend. Abwärtstrend. Ja, hier sind wir durch. Hier habe ich auch kein Trade mehr. Ich schaue immer gerade auf Telegram noch, ob ich da noch ein Signal reinkriege und euch zeigen könnte. Aber ist im Moment nichts. Ne, wir sind hier durch. Vollkommen durch. Abwärtstrend. Abwärtstrend. Obwohl, das ist ein Seitwärtstrend. Was ist das? US-Dollar, Yen. US-Dollar, Yen. 70%. Da könnte man, hier ist ein Seitwärtstrend. Denn wir sehen, das ist ein Dreieck, wo hoch und runter geht. Also da können wir rein. Das ist hier ein Dreieck eben, wo eigentlich seitwärts geht. Hier könnte ich mir noch einen nehmen. Aber, ne, Leute. Das reicht jetzt vollkommen, würde ich sagen. Das reicht wirklich. Ja, kommt, das reicht. Wir haben eine Stunde hier voll gemacht. 56 Minuten. Ich sage jetzt Happy Trading. Danke fürs Zuschauen. Ihr wart dabei jetzt bei mir hier am Trader Tag. Und, ja, Happy Trading, meine Freunde. Alles erzählt im Video. Ihr habt gesehen, wie mein Trader Alltag ausschaut. Ciao. Ciao.